Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem kleinen Realtalk-Video. Da in der Formel 1 zurzeit nichts Weltbewegendes passiert und ich daher keine News machen kann, ist am Dienstag etwas bei mir passiert. Denn die ehrenwerte Telekom hat meine Internetleitung gepimpt. Allein dafür schreibt ihr mal Hashtag Danke Telekom in die Kommentare. Von DSL 16 auf VDSL 50 oder R60, wie man hier in der Grafik sehen kann. Ihr wisst, was das bedeutet? Richtig! Heute Abend, 19 Uhr, gibt's einen Livestream auf eure Augen. Soeben habe ich einen Test-Livestream gemacht, um zu gucken, ob alles tadellos funktioniert. Ja, alles okay. Es wird ab jetzt wieder regelmäßig Livestreams geben. Ich freue mich auf euch. Sagt euren Kumpels, Bekannten und so weiter Bescheid. Wir sehen uns dann später.